lalala 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 aufgehst. Was sieht es denn aus hier? 50% so nett. Was haben wir hier? Achso, das ist ja jetzt. Hey? 50% komisch. Achso, das ist für sie. Okay, also hier ist alles drin. Okay. So, der ist so eine Hälfte runter. Das ist schon mal sehr gut. Dann schauen wir mal. 1, 1. Alles auch gut hier. Das ist sowieso hier. Das ist aber auch hier schön viel. Hey. Da muss ich was gucken. Das nimmt da gar nicht mit. So. Äh. Genau das billigste krieg ich wieder nicht, ne? So, wie klein. Na komm schon. Oh. Was ich halt erklären können, dass es öfter kommt. Oh, das haben wir sicher. Wunderbar. 20 mal. 20 mal. Hey. Okay. Ausrüstung. Die war vorgenommen nach 59 mal. Gut. Äh. Das sind die Spardinger. Ist okay. So. Jetzt bin ich noch gespannt. Los geht's. Oh. Ich ruf mal ein. Das kriegst du mal da. Perfekt. Für Kiste krieg ich hier ein. Das ist gut. So. Die war fertig überhaupt. Oh. Oh. So. Zwei. Jetzt hab ich keinen Wunschbrunnen. Ich kann hier nicht tauschen. Ah. Wie soll ich jetzt keinen Wunschbrunnen in die Fall eintauschen können? Das, ey. Oh. Ist doch so mies. Oh. Das ist wirklich mies, ey. Ah. Aber nicht, wenn nicht. Ist ja der dunkel. Aber das ist doch mies. Das kommt zweimal das gleiche, ey. Das ist doch richtig mies, ey. Oh. Das ist doch richtig mies, ey. Oh. Oh. Oh, ich hasse sowas. So, wo wollen wir jetzt? Was macht mich? Ich muss jetzt was gucken. So, das wollen wir jetzt gucken. Das ziehe ich mich jetzt mal hier, nicht da, hier. Weil ich gerade hier, ich möchte, kann man, äh, kann man nicht, äh. Ah, genau. Da, was wir sehen. Ah, und er. Ah, also siehst du, du brauchst gar nicht mehr Pullen, du musst nur die Waffe versuchen zu kriegen. Das heißt, du brauchst nur die Waffe holen. Ja gut, wenn du die FF kriegst, dann kriegst du natürlich wieder Ginegy. Aber du brauchst keine, das ist das, was du brauchst, ne? Okay, das sind die drei, wo du brauchst, als... Das ist die Waffe. Das kannst du auch herstellen. Ah, das brauchst du, ne? Ah, okay. Das heißt, du kannst auf jeden Fall herstellen. Das ist schon was, selber. Du brauchst du nicht. Oh, Stigmata versuchen zu kriegen. Schön wär's, aber ich bräuchte natürlich die Waffe. So, sprich, 35, das heißt, äh, dass ich einmal auf jeden Fall runtergehe. Komplett, oder bis zum Waffen. Äh, 35 durch die beiden noch, ne? Ja. Wär das auf jeden Fall 20, 21, 23. Ja, okay. Da kann man's bestimmt machen. So, ich bin dann gleich wieder da. Zack. So, bin wieder da. So, hab jetzt kurz was gemacht. War schön, dass ihr mich... So, was kann man's nämlich holen, was ich vorhabe, nämlich. Ich will nur die Waffe haben. Es geht ja nur um die Waffe. So, das müsste, glaube ich, theoretisch... Schauen wir, wie es läuft. Ich will nicht gleich so viel ausgeben. Äh, äh, da, da. So, Waffe. Bitte öfter. Bitte öfter. Bitte öfter. Und du geh. Oh, wer ist Digi? Toll. Da ist schon mal immer zwei. Aber ich sehe es gut, dass ich mal wieder einmal kriege, äh. so. Wie ist Digi? Oh, wieder der. Okay, jetzt ist mir eigentlich gar nicht. So, noch. Ein außer Box von Assisten. Okay, also das ist wieder typisch. So, 15. Äh. So, ich habe jetzt nur noch das. So, weiter geht's. So. Und jetzt kommt mal von den Symbolen jetzt rein oder nicht. Da ist es einmal. Teul, hier noch wieder. So, jetzt hier mal was gucken. Äh, zwei, hier mal im Shop. Äh. warten das ist aktivitätsgründer also das hänge ich nur das beides drin also keine chance die herrscht jetzt nicht das ist natürlich ein bisschen mies jetzt mal wieder zwei aber ich die waffe gehofft Null der Geil er habe ich hoffe dass die Waffe kommen aber nicht schlecht so eine Kube hier muss man wo ist sie denn der Anteil im übernommen und das parkiert auch nur so Ok, leider nicht auswählen, so will ich nicht auswählen, äh 17 oder so, ja, ach ne, 43, 17, dann nehmen wir lieber 43, aber das andere ist der gleiche, ja. Ah, um die Verpflichtungen zu machen, das kannst du nur mit der, aber ich frage mich eigentlich, kann man eigentlich auch die normale da rein synergieren eigentlich? Hab ich das schon mal getestet? Glaub nicht, dass es geht. Aber ich finde das, ich finde das für geiler, schneller auf den, finde ich sehr gut. Das ist dein Problem. Oh! Ich möchte immer gerne wissen, was man hier... Ja, du kannst eigentlich nur das rein tun. Ja, ich muss eigentlich das Pullen wieder machen. Gut. Ja, ich mach's dann noch alles weiter zu Ende. Das war's das erste Mal wieder mit dem Pullen. Ja. 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 Ja.